In diesem Tutorial wollen wir uns anschauen, wie man eine Partialbruchzerlegung durchführt, wenn der Nenner mehrfache Nullstellen besitzt. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass die Grundlagen der Partialbruchzerlegung bereits bekannt sind, wenn das nicht der Fall sein sollte. Entweder oben rechts unter dem I-Punkt oder am Ende im Abspann findet ihr auch dazu ein passendes Tutorial. Als erstes wollen wir uns eine kleine Übersicht verschaffen über die echt gebrochenen rationalen Funktionen, in Hinsicht auf die Vielfachheit der Nullstellen im Nenner. Wir haben also hier eine echt gebrochen nationale Funktion. Übrigens ganz einfach zu erkennen, Grad des Zählers ist niedriger als der Grad des Nenners. Und wir zerlegen als erstes den Nenner in Linearfaktoren. Das Ganze würde dann, nachdem ihr zum Beispiel die ABC- oder Mieternachsformel auf dem Nenner anwendet, so aussehen. Und bei Näheres Betrachten sind das einfache Nullstellen des Nenners, weil jede Nullstelle nur einmal vorkommt. Bei der zweiten Funktion stattdessen, wenn wir das gleiche versuchen, als den Nenner zu zerlegen, werden wir sehr leicht merken, hier haben wir eine doppelte Lösung. Man kann auch Anheber erkennen, dass es sich hier um eine binomische Formel handelt. Das bedeutet, wir haben eine zweifache Nullstelle und eine doppelte Nullstelle im Nenner. Und genauso gut könnte man auch noch dreifache, vierfache und so weiter haben. Schlussfolgernd können wir sagen, dass wir bei der ersten Funktion Linearfaktoren als einfache Nullstelle haben im Nenner. Und bei der zweiten Funktion Linearfaktoren als doppelte Nullstelle. Wir interessieren uns natürlich in diesem Tutorial für den rechten Fall, also für die doppelten Nullstellen im Nenner. Bevor wir uns gleich eine Beispielaufgabe anschauen, macht es durchaus Sinn zuerst die Ansätze zur Bildung der Partialbrüche für Linearfaktoren anzuschauen. Vereinfacht könnte man so sagen, jeder Nullstelle x0 im Nenner ordnet man einem Partialbruch zu. Die Form des Partialbruches hängt natürlich von der Vielfachheit der Nullstellen ab. Bei einer einfachen Nullstelle sieht dann die Zerlegung wie folgt aus. Also wir haben oben eine Zähle, ein Koeffizient, in diesem Fall a, und einen Nenner, den Linearfaktor dieser Nullstelle. Und diese Klammer mit der hoch 1 könnt ihr natürlich auch weglassen. Bei einer doppelten oder zweifachen Nullstelle habt ihr dann zwei Partialbrüche. Einmal unter dem Linearfaktor mit der Hochzahl hoch 1 und einmal mit hoch 2. Und ich glaube, an dieser Stelle könnt ihr euch dann auch vorstellen, wie eine dreifache Nullstelle aussieht. Deswegen will ich das Ganze auch noch verallgemeinern. Also bei einer N-fachen Nullstelle habt ihr dann so viele Partialbrüche wie die Vielfachheit der Nullstelle. Und diese a, b, c und so weiter kann man beispielsweise durch Koeffizientenvergleich bestimmen. Das ist einer der am häufigsten benutzten Ansätze, das wir auch gleich in unserer Beispielaufgabe sehen werden. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Wir haben hier an dieser Stelle eine echt gebrochen nationale Funktion. Nochmal, sehr einfach zu erkennen, weil der Grad des Polynomen Zählers geringer ist als der Grad des Polynomen Nenners. Deswegen können wir gleich damit anfangen, den Nenner zu zerlegen. Beim näheres Hinschauen sollte euch auffallen, dass der Nenner eigentlich eine binomische Formel ist. Deshalb können wir es auch in der Form x-2 hoch 2 schreiben. Wenn das nicht so der Fall ist, dann bitte einfach den Nenner nehmen, gleich Null setzen und damit kriegt man auch diesen Linearfaktor raus. Also können wir die Funktion an dieser Stelle auch wie folgt darstellen. Als nächstes kommen dann die Ansätze für die Partialbrüche und wie bereits vorher bei der Zusammenfassung besprochen, sieht dann die Zerlegung wie folgt aus. Also wir haben zwei Partialbrüche und unser Ziel ist natürlich dieses a und b zu bestimmen. Bis wir allerdings so weit sind, dass wir diesen Koeffizientenvergleich durchführen, müssen wir hier noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Also in erster Reihe sollen wir die rechte Seite so zusammenfassen, dass wir nur ein einziger Bruchstrich haben. Dafür erweitern wir den ersten Bruch mit x-2, sodass wir bei beiden Brüchen dann den gleichen Hauptnenner haben. Also vereinfacht schreibe ich hier an der Stelle mal x-2 und natürlich auch hier mal x-2. Dann haben wir auch auf der linken Seite x-2 ins Quadrat und das Ganze sieht dann so aus. Also links bleibt ja alles unverändert vorerst. Durch x-2 ins Quadrat ist gleich. Und auf der rechten Seite haben wir dann a mal x-2 plus b und das Ganze dann natürlich durch x-2 ins Quadrat. An dieser Stelle können wir dann den Nenner eliminieren, also unter der Voraussetzung, dass x verschieden von 2 ist, mit dem Hauptnenner durchmultifizieren. Also mal x-2 ins Quadrat und dann bleibt aus der ganzen nur noch x plus 1 ist gleich a mal x minus 2 plus b übrig. Hier könnten wir an dieser Stelle noch sozusagen die Klammer auflösen. Also haben wir dann x plus 1 ist gleich, also hier multipliziere ich aus mit a und dann habe ich a mal x minus 2a und plus b. Und das einzige, was an dieser Stelle noch fehlt, ist dieser Koeffizientenvergleich zwischen der linken und der rechten Seite dieser Äquivalenz. Das heißt, die Koeffizienten vor dem x auf der linken Seite steht natürlich hier an der Stelle eine 1 und vor dem x auf der rechten Seite, a, müssen natürlich gleich sein. In diesem Fall ist es ganz einfach, dann haben wir schon die erste Lösung, a ist 1. Und genau das gleiche gilt auch für die alleinstehenden Zahlen, das bedeutet 1 muss das gleiche sein wie minus 2a plus b. Schreiben wir auch kurz hin, 1 ist gleich minus 2a plus b. Und natürlich kann an dieser Stelle auch ein lineare Gleichsystem entstehen. Diesmal ist das ganz einfach, durch den ersten Ansatz haben wir schon die erste Lösung, a gleich 1. Können wir dann hier in die zweite Zeileinsetzung b bestimmen. Also das Ganze sieht dann so aus, 1 ist gleich minus 2 mal 1 plus b. Dann bringen wir die minus 2 hier rüber mit plus 2 und somit kriegen wir für b 3 raus. Also das sind dann a und b und jetzt können wir auch problemlos unsere zerlegte Funktion hinschreiben. Entsprechend haben wir dann f von x ist dann praktisch 1 durch x minus 2, also das ist unser erster Bruch hier, plus 3 durch x minus 2 ins Quadrat. Also ich habe jetzt einfach a und b in unser Ansatz für die Partialbruchzerlegung eingefügt. Wir haben natürlich in diesem Beispiel nur einen Ansatz zur Bildung von Partialbrüchern gesehen. Das Gesamtbild ist allerdings ein bisschen größer und um die Übersicht nicht zu verlieren, will ich euch an dieser Stelle noch eine kleine Zusammenfassung oder Übersicht über die Partialbruchzerlegung geben. Zur Erinnerung, der erste Punkt wäre eigentlich immer, wenn die Funktion nicht echt gebrochen rational ist, dann mit Hilfe von Polynom-Division das Ganze in ein Polynom und eine echt gebrochen nationale Funktion zu zerlegen. Zweitens natürlich den Nenner zerlegen und in Produktform darstellen, sodass man die Nullstellen des Nenners hat. Dann Nummer 3 wären die Ansätze für die Partialbrüche. Also es gibt Partialbruchzerlegung bei einfacher Nullstelle, dann Partialbruchzerlegung bei mehrfacher Nullstelle. Das war ja auch das Thema dieses Tutorials. Und es gibt natürlich auch noch die Partialbruchzerlegung bei quadratischem Faktor im Nenner. Und am Ende geht es um die Bestimmung dieser Koeffizienten. Da haben wir in diesem Tutorial auf jeden Fall Koeffizientenvergleich benutzt, weil es immer funktioniert und meistens das einfachste Verfahren ist. Außerdem gibt es noch die Einsatzmethode, die eigentlich auch immer möglich ist, oder die Zuhaltemethode, die nur bei Linearfaktoren funktioniert. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich ist es wichtig, in diesem Zusammenhang noch die Partialbruchzerlegung bei quadratischem Faktor im Nenner anzuschauen. Und die Hauptanwendung der Partialbruchzerlegung ist die Integration durch Partialbruchzerlegung. Weitere wichtige Integrationsregeln im Studium sind natürlich noch die Partielle Integration, sowie die Integration durch Substitution. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Das ist ein Einfant, glaube ich. Von Doktor, wenn man hier nicht um den Kratz wird, würde ich gerne nachhalten. Das ist ein Thema. Wenn es nicht um die Ausnahmen betrachten,